So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Hallo Mario, aufwachen. Hey, wach auf. Hey. Hallo. Ach, guck mal. So, dieser Morgenmuffel. Ne, dieser, dieser Morgenmuffel nicht. Auf jeden Fall schläft er dauernd ein. Echt schlimm. So, wo will ich jetzt als nächstes hin? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn das hier? Coolerkunst. Ach du Scheiße. Äh, Frostflocken ist auch total toll. Bestimmt. Komm, ich mach nochmal die zweite Mission hier. Den zweiten Stern hole ich hier nochmal. Zuerst und dann muss ich ja noch den Kometendings da holen. Die rote Nase des blauen Sorbetty. Was? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und wer Sorbetty ist. Oder was Sorbetty ist. Aber hier ist schön. Ach, gucke mal. Hä? Ich kann wieder mit Luigi spielen, aber ich möchte nicht. So. Ich glaube, da kommen noch später genug Sterne, wo ich mit Luigi spielen kann. So. Naja. Okay, warte mal. Erstmal. Mal gucken, was ich hier kriege. Ich glaube, es hängt nicht davon ab, was ich treffe. Offensichtlich. Es hängt davon ab. Das bringt ja überhaupt nichts. Was ist hier drin? Sternteile. Yeah. Sternteile. Wow. Toll. Und noch mehr Sternteile. Na toll. So. Okay. Ich brauche dieses Kullerkeksdings da. Ne? Unwärmkullerdings. Warte mal. Dann machen wir mal ein bisschen kaputt hier. Ach, gucke mal. Ach, hier. Deswegen hatte ich das in Erinnerung. Als, äh, ne? Dass ich es kaputt machen muss. Hatte ich irgendwo in Erinnerung. Ähm. So. Wie gesagt, ich habe schon ein anderes als der geguckt. Offensichtlich habe ich mir das ganz schön doll gemerkt. Oder ich habe es wirklich selber schon mal gespielt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ach, cool. Jetzt kann ich die Kugel so riesig groß machen. Wie groß geht denn das? Alter. Aber ich glaube, die wird nicht größer, oder? Oder doch? Ach, guck. Ach, mit der kann ich es auch kaputt machen. Ist ja genial. Das geht nicht. Eine Röhre? Wieso ist hier eine Röhre? Ach, ein geheimer Sternbestund. Sprechen. Willkommen bei einem weiteren Spiel mit den Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach. Eislaufen und Gegner treffen. Nimm dich von den Stacheln in acht. Machst du mit? Natürlich. Dieser Powerstern gehört dir, wenn du 500 Punkte oder mehr schaffst. Gib dir also etwas Mühe. Das ist bestimmt nicht die beste Affenstimme, aber ist jetzt auch egal. Also so. Gegner treffen. Warte. Der bringt 50. Der mit den Stacheln ist nicht so gut. offensichtlich, hat man mir erzählt. Äh, Stacheln. Nein. Mann. Kriege ich 500 Punkte zusammen, ist die Frage. So. Sieht bisher nicht allzu gut aus. Mal sehen. Ich brauche vor allem die... Nein. Ah. Wie fies. Nein. Ah. Punkte 300. Von 500. Kann ich nochmal probieren? Oh, wie schade. 300 Punkte. Am besten klappst du in den geraden Linien über den... Ja, natürlich nochmal versuchen. Wenigstens tötest du mich nicht. Das ist praktisch. So. Das mag ich, wenn ich hier wenig getötet werde. So. Der ist auch immer anders, ne? Offensichtlich. Okay. So. Aber die Formationen sind immer irgendwie gleich. Den da brauche... Also die, die gäben sind schon ganz wichtig offensichtlich. Hat. So. Nein. Ich brauche die... Nein. Ah. 400... Nein. Ah. So knapp. So knapp. Verdammt. Manchmal ist das echt fies. 470 Punkte. Komm. Das schaffe ich doch noch. Das schaffe ich noch. Ja. Ich möchte es natürlich nochmal versuchen. Dieser Pausch, den gehört dir, wenn du... Ja, ja, ja. Okay. So. Hat er am Anfang gar nicht losgerutscht. Ist ja nicht so. Beim Mist, naja. Hier bin ich auch... Nein. Ah, wie fies ist das denn? Komm, dich brauche ich noch. Na... Oh, Alter. Mann. Spiel. Mobbt mich. Echt. Kannst mir gar nicht anders erklären. Das muss der Grund sein. Sein. Nein. Oh, die Zeit um. Okay, wieder nur 300 Punkte. Aber das wird nicht besser. 300 Punkte. Ja. Achso. Natürlich nochmal. Also A, gedrückt halten, ne. Dann geht der Tag schneller weg. Muss ich mir merken. So. Da muss ich hin. Die kommen auch immer anders. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen vom Zufall ab, wie viel Glück man hat. Damit. So, warte. Eins, zwei, drei. Wenn man sehr viel Glück hat, geht das eigentlich. Nein. Ah, Mann. Das ist doch scheiße. Also, da hatte ich offensichtlich kein wirkliches Glück hier. Natürlich nochmal. Aber ich würde mal A schnell drücken, damit es schnell weg geht. Aber das geht ja nicht. Mann. Ich muss das gedrückt lassen. Dann geht der Tag schneller weg. So, dann brauche ich nicht ewig diesen Text mir ja angucken. So. Der ja eh immer gleich ist. So. Alalalala. So. Alalalala. Nein. Ah, Mann. Nein. Ah, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte den anderen treffen müssen, dann hätte ich es geschafft. Wie schade. Ja. Was? Doch, ich wollte es nochmal probieren. Sprechen nochmal, bitte. Sprechen. So, da habe ich daneben gedrückt. Das war blöd. Dieser Powerstein ist bla bla bla. Bla bla bla. Gehört dir, wenn ich das schaffe. So, mit 500 Punkten ist es eigentlich machbar. Wenn man ein bisschen Glück hat und nicht allzu viele Umwege schlittern muss, dann geht das glaube ich sogar. So. Nein. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Es fehlen nur 10. Es fehlen nur 10. Die warnt genau dein Blick. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Natürlich. Die Baustellen gehört dir, wenn du bla. Okay, jetzt reicht es mir aber ja. Das muss ja wohl möglich sein hier. Da, da oben muss ich hin. Da hinten muss ich hin. Jetzt kommt die irgendwie wieder ein bisschen doof. So, warte. Nein. Ah, den brauche ich. Den brauche ich. So. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Nein. Oh, da fehlen ja so viele Punkte sogar. Ne, das ist ja nicht gut. So. Da, schon wieder verdrückt. Etwas Mühe geben. Okay. La, 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 la. Also gut. Da muss ich hin. Da oben muss ich hin. Ich bin hier unten. Und dann hier. Ach, der ist genau in mir drin gespawnt. Glaube ich, oder? Sah so aus. Wie ist das denn gerade? Okay. Oh, ich habe es geschafft. 540 Punkte. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Sehr gut. Das waren 540 Punkte. Nach dieser Leistung muss ich dich als glänzenden Rivalen akzeptieren. Noch dazu gebe ich dir diesen Power-Stern als Belohnung. Ja, ein Power-Stern. Ein Power-Stern. Ja, mein Stern. Wah. Hä? So, Stern erhalten. Yeah. Und jetzt müssen wir noch den Regulären holen hier. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Das war ja jetzt der Geheime. Es fehlt noch der Reguläre. Und dann fehlt noch der andere. Ach du Scheiße. Da fehlt ja noch so viel. Sternteile habe ich auch bekommen. Münzen habe ich erhalten. Ist ja toll. Und das Spiel wurde gespeichert. So. Also jetzt Regulärer Stern bitte noch mal. Frostfloggen-Galaxie. Dorthin fliegen. La la la. Okay. Das ist der Geheime-Stern. Und hier ist der normale Stern. Den wollen wir auch machen. Die rote Nase des blauen Sorbetty. Kennen wir schon. Und rüber geht's. So. Und mal sehen was ich hier bekomme. Werden jetzt das Bowser-Dick. Nee. Ein Leben. Ein Leben. Ein Leben. Ein Leben. Yeah. Jetzt habe ich zwei. Krass. Ganze zwei. Wow. Unglaublich. Irgendwo hier war noch. Ach hier. Hallo. Spring. So. So. Hops. Lalalalala. Das wollen wir auch nochmal. Da war aber nichts drin. Wo waren jetzt die anderen? Weiß ich gerade gar nicht. Hier offensichtlich nicht. Hier war glaube ich die Röhre drin. Ne. Die war woanders. Ist okay. Ich roll nochmal hoch. Ich roll doch noch nicht. Ich roll doch nicht hoch. Ich laufe mal ganz normal hoch. Hochrollen geht offensichtlich nicht. Ganz normal hochlaufen geht auch so nicht. Dann müsste das Rollen ja eigentlich auch so gehen. Hups. Was war das denn? Oh. Okay. Das mit dem Rollen ist irgendwie nicht so gut. Ja. Ne. Das funktioniert irgendwie nicht. Gut. Dann lasse ich das mal lieber. Der rollt immer runter. Der hat einfach keinen Schwung drauf. Der rollt total seltsam. Naja. Hier ist noch so ein Ding. Und hier ist kein so ein Ding. Wo sind die anderen denn? Wow. Sternteile. Wow. Aber ich brauche ja eigentlich die anderen Dinger hier. Ihr wisst was ich meine. Apropos anderen Dinger. Hier war irgendwo ein... Leben glaube ich. Hatte ich hier irgendwo gesehen. Keine Ahnung wo. Hatte ich da nicht ein Leben gesehen? Tatsächlich. Da oben. Bin ich direkt dran vorbei. Na gut. Dann holen wir uns... Ich hol mir das jetzt nochmal. Es tut mir leid. Aber ich möchte gerne ein Leben haben. Also direkt daneben eigentlich hier bloß genau runter. Ah und da haben wir es schon. Und hier gibt es nochmal Sternteile. Das ist auch toll. Hallo. Da. Dich da oben möchte ich noch haben. Genau. So wow. Das eine. Das hat sich ja voll gelohnt. Hier ist noch so ein Ding. Aber eins fehlt noch ne? Eins fehlt noch. Wo könnte es sein? Hier ist die Röhre. Ja. Ja. Vielleicht mit so einem Hasen sprechen. Ich habe... Einige versteckt. Okay. Im Schnee. Und was sagst du mir? Ach so. War hier... Hier... War hier etwa doch ein Sternenschub versteckt? Huckelhopp. Okay. Okay. Sternenschub heißen die offensichtlich. Ich glaube, die hier kann man so nicht kaputt machen. Die rollt man eher größer. Oder macht man dadurch eher größer. Aber es fehlt ja immer noch ein so Ding. Hm. Komisch. Was habe ich denn hier übersehen? Vielleicht hier irgendwo? Ne. Da war nur so ein Ding drin. Hier sind nur Sternenteile drin. Hier kann ich auch nochmal einsammeln. Hier vielleicht? Ach hier. Okay. Dann haben wir das auch. Und es geht weiter. Yeah. Weiter geht's. So. Ach hier. Ich sehe ja überhaupt nichts. Hier ist etwas sehr verschneit. Da ist eine Röhre. Und sonst ist hier offensichtlich erstmal nichts. Ne. Nur so ein Ding. Okay. Ich gehe mal in die Röhre. Das war bisher nie so schlecht eigentlich. Hä? Ach. Guck mal was hier ist. Münzen ohne Ende. Toll. Was hier ein Leben rausgibt. Ne. Auch nur Münzen. Naja. Gut. Hm. Tja. Soviel zum Thema. Da geht's weiter. Offensichtlich geht's da nicht weiter. Offensichtlich geht's hier weiter. Ach guck mal. In diesem. In diesem Schneetreiben sieht man nicht einmal seine eigenen Pfote. Seine eigene Pfote vor den Augen. Uiuiuiuiui. Hoppelhopp. So. Ich wette hier muss ich nicht. Hier muss ich. Runter. Aber ich seh. Faszinierend. Okay. Da war offensichtlich ein bisschen Leben. Für mich waren da. So hier. Was hast du? Achso. Verkauft nur Live Extension. Okay. Wahrscheinlich ist jetzt hier ein Boss. Könnte man vermuten. Wenn man Live Extension angeboten kriegt. Oh. Und wo bin ich? Ach guck mal. Ich glaube jetzt kommt ein Boss. Ähm. Achso. Das ist offensichtlich der nach dem das hier benannt ist. Oh. Das war ja nicht so toll. Ist hier irgendwo eine Münze? Ne. Da ist eine Münze. Wow. Ich glaube ich weiß nicht was ich machen muss. Kriege ich irgendwo eine Feuerblume oder sowas? Das bringt auch irgendwie nix. Vermute ich muss an seiner Nase etwas. Ne. Aber wie soll ich da rankommen? Das klappt irgendwie nicht so. Hm. Da ist eine Münze gerade gewesen. Habe ich gehört. Hä? Wie geht denn der? So nicht. Ups. Na nun. Jetzt bleibt er immer hängen. Das ist blöd. Manu jetzt. Ich glaube ich muss seine Nase treffen. Das Problem ist, dass er bleibt hier immer hängen. Das macht es mir nicht einfacher. Ah. Jetzt haben wir ihn. Okay. Einmal haben wir ihn. Meine Kopfhörer verrutschen hier dauernd, weil ich so doll schüttel. Mann. Oh wie fies. Münze? Münze. Gut. Ach man. Ich wollte mich drehen. Ah nein. Hier ist eine Münze. Das ist gut. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube die Dinger kommen immer nach, ne? Ah. Ich hab dich. Gut. So. Jetzt ist er auch noch schneller. Na wie praktisch. Also der Boss ist... Ich glaube der wird mein Hassboss hier. Den mag ich nicht so. Habe ich dich. So. Warte. Kopfhörer erstmal. Wieder gerade rücken hier. So. Puh. So. Kopfhörer sind wieder richtig. Okay. So. Ich würde sagen. Das reicht jetzt auch schön wieder für die Folge, ne? Haben wir einiges geschafft. Nö? Und wir haben einen Stern erhalten. So. Na dann. Geschafft. Ein paar Sterne halten. Rose, Nase, Spla, Galaxie komplett. Und Sternteile und Münzen. Tja. Ich würde sagen. Wir machen bei der nächsten Folge weiter, ne? Leute. Okay. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüü!